Endlich gibt's wieder einen Grund für die Rückkehr ins Commonwealth. Mit Automatron veröffentlicht Bethesda den ersten der drei bisher angekündigten DLCs für Fallout 4. Für knapp 10 Euro bekommen Nicht-Season-Pass-Besitzer den rund 500 MB großen Download und erhalten ab Charakter-Level 15 Zugang zur neuen, etwa vierstündigen Quest-Reihe, in der wir es mit dem mysteriösen Mechanist aufnehmen, dessen Scharen stark modifizierte Roboter seit neuestem das Ödlandheim suchen. Wir verfolgen zunächst den Funk-Notruf einer überfallenen Karawane und lernen nach dem Kampf die einzige Überlebende kennen. Robo-Dame Ada, die sich am verantwortlichen Mechanist für den Tod ihrer Freunde rächen will und uns fortan bei der Suche nach dem Bösewicht zur Seite steht. Im Zuge dieser Suche schalten wir in unseren Siedlungen die Roboterwerkbank frei, mit deren Hilfe wir Ada und beliebig viele weitere Robo-Gefährten erschaffen und modifizieren können. Je mehr Bauteile wir unterwegs besiegten Maschinen abnehmen, desto umfangreicher wird unsere Mod-Auswahl. Es lohnt sich hierbei wirklich, frühzeitig auf Sammeljagd zu gehen. Denn haben wir unseren neuen Gefährten erst einmal ordentlich aufgemotzt, so wird dieser zu einer wahren Killermaschine, die unser Voranschreiten in der Geschichte deutlich beschleunigt, da sie gegen die vergleichsweise starken und resistenten Feinde deutlich mehr austeilen kann als herkömmliche Begleiter. Und das haben wir selbst gebaut. Das Gefühl ist wahnsinnig motivierend. Schauen wir uns zum Beispiel einmal dieses pinke Ungetüm an. Gatling-Laser und explosive Minigun an den Händen, dazu einen Gasgranatenwerfer sowie ein Fatman-Mini-Atombomben-Katapult auf den Schultern. Das haut ordentlich rein. Und die wirklich große Auswahl an Waffen- und Designkombinationen macht einfach nur Laune und ist ein Paradies für Bastler. Andere Beine, gar keine Beine, ein paar Klicks machen aus unserer Killermaschine ein Konstrukt mit eher, äh, skurrilen Proportionen. Gehen Sie weg! Haben Sie mich nicht schon genug gequält? Obendrein gibt's noch eine neue Fraktion. Die Rust Devils. Eine Raider-Gruppe, die sich demselben Roboter-Bastel-Hobby verschrieben hat wie wir. So wie ein neues Rüstungsset, die Roboter-Rüstung, und ein paar neue Waffen, wie das auf weitere Gegner übergehende Blitze schießende Tesla-Gewehr und diesen abgetrennten Assaultron-Kopf, den wir erst aufladen, um ihn danach in einem besonders starken Wumms zu entladen. Ein Wumms, das uns selbst allerdings mit radioaktiver Strahlung vollpumpt. Auch Ultromatron hat zu Release wieder mit einigen Bugs zu kämpfen. Neben den üblichen KI-Wegfindungsproblemen und Aussetzern sorgte ein nicht richtig gespawnter Gegner im Endkampf dafür, dass dieser nicht voranschritt und wir die Quests zunächst nicht abschließen konnten. Erst nach circa zwei Stunden Tüftelei gelang es uns schließlich, das Ganze mithilfe der Ingame-Konsole wieder zurechtzubiegen. Wir empfehlen also, regelmäßig zu speichern. Kein Zweifel, die Robo-Werkstatt ist das Highlight von Ultromatron und hinterlässt einen deutlich originelleren Eindruck als die eher gewöhnliche neue Quest-Reihe. Die DLC-Areale haben wenig Unbekanntes zu bieten, der Oberschurke bleibt bis zum Ende ein eher blasser Charakter und vermeintliche Plot-Twists lassen sich viel zu leicht erahnen und machen wenig aus. So reiht sich die Jagd nach dem Mechanist neben anderen Nebenquests des Hauptspiels ein, ohne dabei großartig herauszustechen. Letztendlich solltet ihr euch also fragen, ob ihr Verwendung für einen neuen, noch dazu sehr starken und frei anpassbaren Begleiter in euren Reihen habt. Denn wenn ihr auf die Robo-Bastelei abfahrt und Roboter wie wir allgemein ziemlich cool findet, dann ist Automatron seine 10 Euro in jedem Fall wert. Wenn ihr eher Interesse an einer neuen Quest-Geschichte habt, so seid gewarnt, dass ihr hier nicht viel Neues, sondern einfach mehr vom Alten bekommt. Denn auch wenn der Mechanist sicherlich keiner dieser Antagonisten ist, an die wir uns noch lange zurückerinnern werden, mehr als ein bloßes Tutorial für den Robo-Baukasten ist die nette Schnitzeljagd nach dem mysteriösen Blechbüchsenträger auf jeden Fall. Und mehr als eine Pferderüstung ist sie definitiv. Und mehr als eine Pferderüstung ist sie definitiv.